2 Millisekunden, die Ihr Leben verändern können 2 Millisekunden, das ist schnell. 10 Mal schneller als ein einziger Flügelschlag eines Kolibris. 100 Mal schneller als ein Wimpernschlag. Aber bei einem Unfall könnte dieser Sekundenbruchteil die 2 wichtigsten Millisekunden Ihres Lebens sein. Obwohl keine 2 Unfälle identisch sind, sind es dennoch 2 Arten von Kräften, lineare und rotierende, die für die Mehrzahl von Hirnverletzungen verantwortlich sind. In der Realität sind die meisten Aufpralle eine Kombination von Linear- und Rotationskräften. Lineare Kräfte treten auf, wenn sich Ihr Kopf in einer geraden Linie bewegt und dann plötzlich gestoppt wird. Typische Helme sind mit einer Innenschale ausgestattet, die sich beim Aufprall verformt und die Energie, die auf das Hirn übertragen wird, verringert. Stellen Sie ihn sich wie eine Art 2 Schädel vor. Rotierende Kräfte hingegen treten dann auf, wenn Ihr Kopf in einem Winkel getroffen wird und dann plötzlich gestoppt wird. Dies kann das Hirn dazu bewegen, sich im Inneren des Schädels zu drehen und dadurch zu Verletzungen führen. Die körpereigene Schutzschicht, die der Umlenkung dieser Rotationskräfte dient, ist die Cerebrospinalflüssigkeit, die sich zwischen Schädel und Gehirn befindet. Neue Helmtechnologien wie zum Beispiel Gleitschalen arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip. Eine Gleitschale ist eine zusätzliche reibungsfreie und gleitende Schale im Helm, welche dem Helm erlaubt, sich bei einem abgewinkelten Aufprall unabhängig um den Kopf herum zu bewegen und dadurch einen Teil der auftretenden Kräfte, die sonst auf Ihr Hirn übertragen werden würden, umzuleiten. Die Gleitschale ahmt also die Funktion der Cerebrospinalflüssigkeit nach. Hier ist eine weitere Art und Weise, dies zu betrachten. Stellen Sie sich einen Tennisball vor, der in Kies geworfen wird. Da beim Aufprall eine hohe Menge an Reibung zwischen dem Ball und Kies entsteht, erlebt der Tennisball einen hohen Anteil an Drehkraft. Werfen Sie jedoch den gleichen Ball auf einen mit Eis bedeckten Boden, wird sich der Ball weitaus weniger drehen. Anstatt direkt auf den Ball übertragen zu werden, wird ein Teil der auftretenden Kräfte durch das Rutschen beim Aufprall umgeleitet. Eine Gleitschale funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Ein elastomeres Befestigungssystem dehnt sich beim Aufprall und ermöglicht so, dass die EPS-Schale um Ihren Kopf herum unabhängig rotiert. Wie weit rotiert sie? Nur ein paar Millimeter. Aber diese Bewegung weniger Millimeter, während dieser entscheidenden zwei Millisekunden, kann die Menge der Rotationskraft reduzieren, die auf Ihr Gehirn übertragen werden können. Jahrelang haben wir mit den Designern der führenden Gleitschalentechnologie, die Multidirectional Impact Protection System oder einfach kurz MIPS genannt wird, verbracht. Durch unsere umfangreichen Versuche glauben wir, dass Helme, die mit dieser Technologie ausgestattet sind, ein zusätzliches Maß an Schutz bei einigen Stürzen liefern können. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr darüber, die MIPS-Technologie in mehreren wichtigen Helmkategorien, darunter in Velo, Mountain und Stadt, anbieten zu können. Alle Girohelme sind entwickelt, um so viel Energie wie möglich abzufangen und dabei bestehende Sicherheitsstandards zu erfüllen und zu übertreffen. Wir nennen das Gesamtenergiemanagement. Bei der stetigen Weiterentwicklung unserer Helme ist unser oberstes Prinzip, Technologien zu verwenden, die sich bei der Verringerung der Kräfte als wirksamer Wiesen haben. Es gibt nicht das einzig wahre Helmdesign oder die einzig wahre Helmtechnologie, wenn es um den Schutz Ihres Gehirns geht. Es gibt nur diese eine Wahrheit. Weniger ist mehr. Das heißt, weniger Bewegungsenergie, die während eines Sturzes auf Ihr Gehirn einwirkt, bedeutet mehr Schutz für Sie. Weniger Energie bedeutet mehr Schutz.